Und mit diesen starken Bildern, die wir gerade gesehen haben, herzlich willkommen zum Digital X Summit, einer Veranstaltung, die wir zum ersten Mal machen und die ein ganz klarer Impuls, ein richtiger Boost in Richtung Digitalisierung sein soll. Ready for Impact. Impact aus Deutschland für Europa. Wir gehen in Europa unseren eigenen Weg, gegenübergestellt zu den USA, zu China. Da müssen wir auch aus Deutschland heraus mit klaren Botschaften diesen Weg gestalten. Und wenn ich jetzt hier so in die Runde gucke und ich habe vorher Gästeliste gesehen, dann hat man schon so ein bisschen das Gefühl, es könnte so ein Davos der Digitalisierung werden. Wir wollen den Vortag der Digital X nutzen, um Deutschland so einen zusätzlichen Kick zu geben. Jetzt ist die Digital X etwas, die ist für mich immer so etwas ganz Besonderes. Einmal natürlich, weil als Kölnerin, ich kann Ihnen sagen, mein Herz hüpft, wenn ich sehe, dass aus dieser Stadt so zwei Tage der absolute Tech-Hotspot wird. Und weil es immer so großartige, konkrete Anwendungen zu sehen gibt. Also ich habe auf einer Digital X vor fünf Jahren oder so das erste Mal in einem Flugtaxi gesessen. Ich habe neben Wladimir Klitschko gestanden und ich kann Ihnen sagen, ich habe mich selten in einem Raum so sicher gefühlt wie neben diesem Typen. Und ich habe von Metaverse Experiences bis zum Tattoo-Roboter da schon eine Menge gesehen. Ich bin ein sehr technologiebegeisterter Mensch, auch wenn mich, Sie sehen es, der Tattoo-Roboter hat mich noch nicht zu 100 Prozent überzeugt. Ich möchte natürlich eine top moderne Moderatorin sein und habe deshalb natürlich auch meine eigene KI-Assistenz heute dabei. Und die möchte ich Ihnen jetzt einmal vorstellen. Hey, Judy. So, wir machen mal unseren ersten Prompt mit ihr. Judy, kannst du bitte unser Publikum zu einem richtig großen Applaus für unseren Gastgeber motivieren. So, legen Sie bitte Ihre Smartphones weg und stellen Sie Ihre Kaffeebecher beiseite. Heben Sie die linke Hand, ja gut, und die rechte Hand. Und jetzt wünsche ich als Virtuelle mir einen realen Applaus für den Geschäftsführer des Bereichs Geschäftskunden der Telekom Deutschland. Für Klaus Werner. Yes. Begrüßen Sie den Geschäftsführer, Geschäftskunden der Telekom Deutschland. Klaus Werner. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich riesig, dass wir hier und heute Sie begrüßen können zum ersten Digital X Summit und zum Digital X Summit im Jahr 2024. burned Koreans. und und cinco und d